Hallo, ich bin Roberto Antella Martinez und ich wünsche dir ein erfülltes Leben. Ich wünsche dir, dass du deine Träume in Realitäten verwandelst. Das Geheimnis glücklicher Menschen liegt oft darin, dass sie die Fähigkeit haben, Momente als Wunder zu erkennen und dafür dankbar sind. Und auch bei schlechtem Wetter lächeln und ein fröhliches Lied pfeifen. Und heute ist die Chance dafür dankbar zu sein, für so vieles wie deine Lieben, dass du gesund bist, für deine Tiere, für dein Haus, dein Dach über dem Kopf. Dass du Essen im Kühlschrank hast, dass du Arbeit hast, dass du gesund bist. Und dass du sehen kannst, dass du lesen kannst, sprechen kannst, hören kannst und 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 und. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich wünsche dir viele, viele geschenkte Momente an diesem Tag. Ja, das wünsche ich dir. Denn das ist der Weg für ein erfülltes Leben. Alles Liebe und wie du möchtest. Bis morgen. . Islam. Dana & Klöcerab уп66 голов. ��� leaders . Gut. Äckere.